So, da ist der kleine Nina-Vogel für Augsburg, ne? So, ja, du gehst zur Nina nach Augsburg, ja, alles gut? Guck mich mal an, hallo, guck mich mal an, ja, alles Paletti, auch zur Nina, ne? Jetzt machen wir, sagen wir Gute Nacht, ne? Ab mit dir, ab, ab mit dir, ne? So, jetzt kommt die Tanja dran aus Katlinburg, guck mal her, ne? So, der kleine Weiß-Gelbe, ja, die ist das der Tanja, ja, ne? So, abhauen willst du, komm her, komm her, hallo, ha? Alles ist gut, ne, du bist die Nummer zwei, ne? So, bist du die Nummer zwei, mal die andere Hand nehmen, ha, du, hallo, alter Spinner, ne? Komm mal her, du kleiner Spinner, sag, ne? Hallo, wo geht's hin, auf meinen Kopf, auf meinen Kopf, sag, komm mal her, komm her, so, jetzt ist aber Schluss, ne? So, ab die Poster, du bist die Nummer zwei für die Tanja, ne? Alles gut, ja, ne? Und du gehst zur Brigitte nach hier vorne, ne? Ja, du bist die Nummer drei, ja? Alles gut, hm? Ja, so. Alles gut mit dir. Nummer drei, ne? So. Und fertig, sag, ne? Und fertig. Hallo, bist du Goldi? Ja, ja, hm? Bist du Goldi? Hm? Alles gut? Ja? Ja, wo gehst du hin, Goldi? Du gehst zu Özcan und Sultan, ne? Ja? Nach Budenheim am Rhein, hm? Ja? Ja, gehst du da hin, ne? So ist das schön warm in meiner Hand, ja? So, hm? Deiner Kusselfogel noch, ne? So. Ein kleiner, großer Kusselfogel bist du noch, ne? Ja? So, komm mal her. Hallo. Hopp. So. Ne? Die sind ja schon ein bisschen größer, ne? Komm mal her. Da. Die sind ja schon ein bisschen größer, ne? Da. Hm? Du. Alter Wursche, ne? Goldi. Alles gut? Du bist die Nummer vier heute, ne? Ja? Willst du da wieder rein? Hm? Ab. Hallo. Was ist los hier, ne? Du. Gerade raus noch ein bisschen wild, ne? Bist du noch ein bisschen wild, ja? Du. Gehst du zur Isabel, ja? Jetzt ist gut, ne? Alles ist gut, sag, ne? Du. So. Dann haben wir auch unsere wilden fünf Minuten rum, ne? Ja? Alles gut? Komm mal her. Wir gehen zur Nicole, ne? Nach Steinbronn. Alles gut, Grünfink? Ja? Auch zur Nicole nach Steinbronn, ne? Ja? Alles gut, ne? Grünfink? Ja, ne? Du bist ein Hübscher, ne? Du bist ein Hübscher. Ja? Du bist ein Hübscher, ne? So. Und du bist der Vorletzte, ne? Ich glaube, einer kommt noch, ne? Alles gut? So. Willst du auch wieder rein, ne? Willst du auch wieder da rein? Ja? Ab. Nee, ne? Nicht wirklich, ne? So. Nicht? Du bist der Letzte, ne? Zum Volker nach Berlin gehst du, ne? Ja? Bist du der Letzte, ne? Gehst du zum Volker nach Berlin, ja? Ein schöner Blauer, ja? Alles gut mit dir? Du? Alles gut? So. Weiß nichts mehr, ne? Im Moment. Willst du auf die Stange? Willst du auf die Stange oder willst du wieder in den Käfig? Hm? Willst du auch wieder da rein? Hä? Hopp. Du willst raus, was? Du willst raus. Hm? Ja? Du willst raus, hm? So, mein kleines Sorgenkind, ne? Komm her. Du kriegst gleich wieder die Flasche, ne? Du kriegst gleich erstmal wieder die Flasche, ne? Alles gut? Ja? 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 Der kleine, scheißelustige Renner, ne? So, alles gut? Hm? Wie geht's auch auf die Reise, ne? Das ist der letzte gewesen, ne? Der Murrikaner. Alles gut? So. Die Flasche, die Flasche, los. Die Flasche, die Flasche, die Flasche. Hier ist der letzte erst.